Lästige Mückenstiche, darunter mussten wir alle schon einmal leiden. Schnelle Abhilfe schaffen Sie mit diesem Thermostich frei von X-Buster. Der batteriebetriebene Stift liegt dank kompakter Maße gut in der Hand und lässt sich prima in jeder Tasche verstauen. Halten Sie die Heizfläche des Stifts genau auf den Einstich und drücken Sie dann leicht den Knopf am oberen Ende. Die gelbe Leuchtdiode an der Seite zeigt Ihnen nun an, dass die Heizfläche sich erwärmt. Der Thermostich frei heizt sich innerhalb von 10 Sekunden auf 45 Grad auf. Wenn die Leuchtdiode grün aufleuchtet, können Sie den Knopf loslassen. Durch die Wärmeeinwirkung wird das Insektengift in Sekunden neutralisiert. Das Anschwellen der Haut und der damit verbundene Juckreiz werden weitgehend verhindert. Jetzt geht es Mückenstichen per Knopfdruck an den Kragen. Und keine Sorge, die Anwendung ist absolut hautverträglich. Das hat ein dermatologisches Gutachten bestätigt.